Dregenhell, ein Wunder, wunderschön. Ja, heute machen wir eine Reaction auf unseren Lieblingsanwalt. Ich zeige euch das auch gleich und zwar hat er ein ganz interessantes Thema. Es geht nämlich um Coaching. So, und Coaching ist ja jetzt irgendwie auch ein Bereich, der mich irgendwo persönlich ein wenig tangiert, weil ich gerade eine Ausbildung zum, wie nennt sich das, Online-Dozent in der Erwachsenenbildung mache, wo ich hier solche Sachen, ah, jetzt muss halt ich natürlich meinen schönen Oster ja noch draufstehen, sowas hier lerne, Didaktik und was weiß ich nicht alles. Also, ja, ist natürlich, betrifft mich das schon irgendwo selber. Und, ähm, ich möchte ganz gerne, ähm, mir dieses Video mit euch anschauen und dann gucken wir mal. So, das heißt also, ich switche jetzt einfach rüber und ich kann dann, ah, jetzt habe ich das falsch gemacht, warte mal. Da war ich einfach zu schnell. Wir gehen nochmal zurück. Step by Step. So, also, wo ist denn jetzt, jetzt bin ich hier ein wenig durcheinander gekommen. Ich merke das. Also, ich wollte das rüber haben. Genau. So. Perfekt. Und jetzt kommt mein Start und wir können gemeinsam hineingehen. Willst du auch ein erfolgreicher Businessman werden und Millionengewinne in nur 30 Tagen erzielen? Na, dann bist du auf diesem Kanal wohl leider falsch. Ich kann dir aber sagen, was diese Top-Coaches euch abzocken und wieso ihr das Geld besser nicht zum Fenster rausschmeißen solltet, wenn euch mal wieder ein Coach Millionengewinne innerhalb weniger Tage verspricht. Denn diese Coaches, die sind wirklich überall. Jan Böhmermann hat in seiner Sendung Neomagazin Royale letztens mal solche Coaches überführt. Und auch wir hier in der Kanzlei haben irgendwie immer wieder Woche für Woche, Monat für Monat Fälle, bei denen jemand auf so einen Coach reingefallen ist, der mehr versprochen hat, als nachher hinten bei rauskam. Denn meistens ist nur einer, der draufzahlt, nämlich der Buchende, derjenige, der dem Coach das Geld gibt. Ich zeige euch, was ihr rechtlich tun könnt, wenn ihr auf solche vermeintlichen Business-Coaches reingefallen seid, die euch mal wieder das Gelbe vom Ei versprochen haben. Und ich schaue mir auch den Coach aus der Böhmermann-Sendung genau an. Bei eigenen Erfahrungen. Egal ob Lukas Lindner oder Karl S., die meisten von euch haben die Namen der sogenannten Erfolgscoaches noch nie gehört. Deswegen solltet ihr auch besser einen großen Bogen um sie machen. Aber trotzdem füllen die großen Hallen, haben gut zahlendes Publikum und das Publikum denkt, man würde... Also KS, den habe ich schon mal gehört. Der hing doch mit Tim Gabel da irgendwie zusammen oder so. Das ist auch so diese Bubble da irgendwo. Zumindest hatte ich das irgendwie da mal so vernommen. Also das war jetzt kein Unbekannter für mich, muss ich ganz ehrlich sagen. Den kannte ich. Ja, und die anderen bin ich ja... Also ich habe schon so viele gesehen vor Videos, dass ich garantiert, wenn wir uns jetzt das Video hier anschauen, auch da einige kennt. Das Böbelmann-Video habe ich so oder so schon gesehen, muss ich sagen. Und die dort gezeigt worden sind, ja, die kannte ich eigentlich zumindest von den Previews, was vor den Videos bei mir, wenn ich damals, also als ich ohne Premiere da oder wie es heißt, geschaut habe, wurden sie mir immer angezeigt. Jetzt bin ich Gott sei Dank davor verschont, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich wäre aber auch jetzt nicht anfällig dafür. Das kommt auch noch mit hinzu. Also ich bin da sehr resistent gegenüber solche Sachen. Relativ schnell reich werden. Nicht nur offline sind die unterwegs, sondern auch im Internet und teilweise sehr aufdringlich. Das hat Jan Böhmermann in seiner Sendung vor einiger Zeit gesagt. Und da das Ganze dort sehr gut bei euch ankam, analysieren wir auch mal, was er da aufgedeckt hat. 336.000 Euro in einem Monat hätten du... 436.000 in einem Monat, das kann man kaum glauben. Kannst du das nicht glauben, dann geh bitte weg. Ey, wo guckst du denn hin? Hey, schau mal hierher, hier, hier spielt die Musik. Setz dich mal hier, setz dich mal zu mir. Warum soll dieser Mann sich mit Closen, Dropshippen, Affiliate oder Networkmarketing und den ganzen anderen Geschäftsmodellen rumquälen, wenn es auch eine Möglichkeit gibt, mit 110% Erfolgsgarantie in den nächsten 30 Tagen deine ersten 3.000 bis 5.000 Euro komplett passiv zu verdienen? Ja, das ist natürlich sehr geil. 110% Erfolgsgarantie, da reichen also die 100% Erfolgsgarantie nicht mehr. Das Netz ist also geflutet mit irgendwelchen Angeboten von Coaches, die eben sich gegenseitig steigern. Und wenn 100% Garantie nicht reichen, dann eben 110%. Und man sieht auch hier, innerhalb weniger Tage passives Einkommen, 5.000 Euro, da ist der eine oder andere... Das ist schon krass, finde ich, wenn man sieht, wie viel einem versprochen wird. Aber ich kann das auch irgendwo nachvollziehen bei den Leuten, die sowas wiederum glauben. Irgendwie kann ich das nachvollziehen, weil es wird ja jetzt auch von so vielen Leuten letztlich gesehen ein Lifestyle gezeigt und wie leicht sie ihn zum Beispiel mit YouTube etc. verdienen, dass viele natürlich dadurch auch irgendwo getriggert sind und sagen, klar, will ich auch haben. Also ich kann das voll und ganz nachvollziehen, wenn jemand sagt, ich möchte auch so viel verdienen wie die und dann eben halt so ein Coaching macht. Ich hatte selber mal Kontakt zu einer Person, die mir erzählt ist, jetzt glaube ich 2.000 oder so was oder 1.500, können auch 2.500 gewesen sein, für so ein Coaching ausgegeben. Und ich habe das damals schon nicht verstanden, warum sie das gemacht hat, weil letztlich gesehen hat sie, ja, ich sag mal, paar Videos dafür bekommen, aber kein persönliches Coaching irgendwo. Und das fand ich, ja, schon traurig. Aber wie gesagt, sie hat es bezahlt. Sie war auch zufrieden damit, muss man auch fairerweise sagen. Ich selber habe natürlich das Videomaterial nie gesehen, deswegen kann ich mich jetzt nicht dazu äußern. Vielleicht war es wirklich perfekt. Es gibt sicherlich auch gute und es gibt natürlich auch schwarze Schafe. Also weiße und schwarze. Ja, da muss man natürlich ein bisschen abwägen, an welchen Coach man gerät. Aber ich denke, dass viele Coaches oder auch Trainingsangebote auch seriös sind. Also ist jetzt nicht irgendwie alles abzockelt. Also ich denke, so darf man an die Sache auch nicht herangehen. Weil zum Beispiel, wenn ich nachher irgendwelche Sachen generieren werde, klar, A, sind die jetzt nicht teuer. Ja, also das heißt, ein Kurs geht los irgendwo bei 99 Euro. Da kann man jetzt nichts falsch machen, sage ich jetzt mal so. Und man bekommt schon Sachen vermittelt, wo man sonst viel, viel Zeit hineinstecken müsste, um das gleiche Fachwissen sich anzueignen. So, und dann ist es wiederum, sage ich, es ist okay. Wenn ich natürlich jetzt für den gleichen Kurs statt 99 Euro 20.000 Euro nehmen sollte, ja, dann würde ich schon drüber nachdenken. Aber das ist ja nicht der Fall, Gott sei Dank. Also wir sind, wir gehören dann mit zu den Seriösen, wenn wir fertig sind mit unserer Ausbildung. Okay, aber wir schauen mal weiter, was er noch so zu sagen hat. Vielleicht dann zu Geldgeil, als er da drauf anspringt. Leute, das ist meistens Abzocke. Und es sind horrende Summen, die dann für das Coaching aufgebracht werden müssen. Beim Böhmermann-Test wurden 3.500 Euro für das Coaching bezahlt. Und für den hohen Preis hat der Coach eine ganz einfache Erklärung veröffentlicht, die Böhmermann dann natürlich auch genüsslich seinem Publikum präsentiert hat. Wieso ist das so teuer? Warum zahlt man hier 3.500 Euro oder 3.570 Euro, um ganz genau zu sein? Da kommt folgendes. Ist doch scheißegal, ob mein Mentoring 500 Euro, ob das 1.000 Euro sind, ob das 10.000 Euro sind, 50.000 Euro sind. Das ist doch scheißegal, das ist doch irrelevant. Weißt du, was relevant ist? Dass du mehr rausbekommst, als du einbezahlt hast. Und das ist natürlich eine sehr gute Begründung. Auf alle Fälle habt ihr am Ende mehr raus, als ihr eingezahlt habt. Da sage ich euch, wie man wirklich Geld verdienen kann. Checkt einfach mal aus. Naja, die Argumentation, finde ich, ist schon nachvollziehbar. Dass man sagt, du hast mehr raus, als das, was du eingezahlt hast. Vielleicht jetzt nicht an Geld, aber an Lebensweisheit. Und Lebensweisheit kostet ja auch normalerweise Geld und Erfahrungswerte. Also von daher kann man schon so argumentieren. Also das finde ich jetzt gar nicht so verkehrt, die Argumentationskette. Also die finde ich sogar sehr, sehr lustig und überzeugend. Hier gab es eben dann eine Rechnung, die Böhmermann hier gezeigt hat, die dann gezahlt worden ist. Da gibt es ein verkauftes Produkt, Digital Reselling, Einkommen auf Autopilot. Also da wird eben entsprechend Digital Reselling, Einkommen auf Autopilot verkauft. Ja, das ist sozusagen dieses Produkt, was hier verkauft wird. In der Regel sind das geringwertige E-Books, die man dann eben verkaufen soll. Also der Trick ist, lasst euch von ChatGPT ein E-Book schreiben und verkauft das wieder. So, das steht dann in dem E-Book drin, was ihr für ein paar tausend Euro, hier jetzt 2700 Euro oder noch was anderes gekauft, entsprechend gekauft habt. Ja, das ist auch, also dann muss ich einfach mal einen Haken. Also, wenn ich jetzt zum Beispiel ein E-Book schreiben sollte oder würde, nehmen wir mal an, ja. Und jetzt meine ganze Lebensweisheit, die ich in 58 Jahren erworben habe, dort mit einbringe, dann sage ich schon, das ist unbezahlbar. Weil, und das kann ich dann auch wiederum argumentieren, weil ich sehr viel Lehrgeld in meinem Leben schon zahlen musste. Ja, also es ging los mit, ja, Insolvenz, die man durchlaufen hat, also jetzt Firmeninsolvenz, ja, wo man Erfahrungswerte sammelte oder wo man abgezockt worden ist von, ich sag mal, Kunden. Ja, also wir haben damals B2B gemacht, wo Kunden einfach, ja, wir auf Rechnung geliefert haben, die ihre Rechnung nicht bezahlt haben und wir natürlich dann auch Trouble hatten. So, das sind natürlich alles Erfahrungswerte. Wenn man sowas jetzt in ein E-Book jetzt mit hineinbringen würde und würde das meinetwegen auch mit ChatGBT, weil ChatGBT einfach einen Vorteil hat, dass es sehr schön formuliert, ja, rechtschreibsicher ist, ja, und ich als Legastheniker muss dann schon sagen, ist für mich zum Beispiel ein Vorteil. Aber ohne meine Erfahrungswerte, die ich dort einbringen würde, könnte ChatGBT nicht so ein Buch schreiben, wie, als wenn ich jetzt meine Erfahrungswerte damit einbringe. Und deswegen ist das so eine Aussage, die ich ein bisschen, ja, nicht ganz so schön finde jetzt von Sormeke. Aber gut, das muss jeder für sich selber entscheiden. Aber wenn ich zum Beispiel ein Buch schreiben sollte und würde wirklich meine Erfahrungswerte reinbringen, die sehr, sehr groß sind und, ja, und es sind jetzt auch nicht wenige, also es ist letztlich gesehen ein Leben gewesen, Learning by Doing, dann sind das einfach, ja, unschätzbare Werte, ja, weil ansonsten müsstest du genauso diese durchleben und auch genauso viel Geld verlieren. So, jetzt nehmen wir einfach mal ein Beispiel. Wenn ich irgendwo eine Million verloren habe, ja, und ich gebe dir jetzt die Möglichkeit, dass für, ich sag mal, 499 Euro, ja, einfach jetzt mal so eine Hausnummer zu nennen, diesen Erfahrungswert zu lernen, ohne dass du jetzt eine Million verlierst, dann ist es verdammt günstig. So muss man das einfach sehen. Deswegen, also, finde ich, es kommt darauf an, was du bekommst, ja. So, und, das ist so der Punkt, wo ich dann schon sage, jupp, das muss man einfach ein wenig abwägen. Was bekommst du wirklich? Wenn das jetzt natürlich Coaches sind, die jetzt, ich sag mal, 0815 Sachen, ja, dir geben, wo du letztlich gesehen keine richtigen, echten Erfahrungswerte mitbekommst, wo du, ich sag mal, um die Cliffs herumschippern kannst, ja, dann ist das eine Sache, was man dann natürlich bemängeln kann. Aber wenn du wirklich, ich sag mal, ein Wissensvorteil, ja, und das ist ja gerade auch bei Coaching, wenn du einen echten Mentor hast, und ich hab, ähm, auch ein, der hat mich letztens sogar angerufen, und hat gefragt, er ist nun auch schon etwa, ja, der müsste jetzt auch so um die 70, ja, ja, sein, ähm, und hat gefragt, wie es mir geht, und so weiter. Und dann kamen wir auch auf das Gespräch, dass ich Sachen bei ihm durchgespräche, also ich war öfters bei ihm, ne, und wir haben über Sachen gesprochen, und er hat mir eine Sache vermittelt, die mir im Leben sehr viel geholfen hat, und mich letztlich gesehen auch gerade, ähm, während der Pandemie vor vielen Fehlentscheidungen, bewahrt hat, weil ich einfach, ähm, ja, sein Rat, den er mir damals gegeben hat, so verinnerlicht habe, dass ich diesen Fehler einfach nicht mache. Am Anfang, damals, als er es mir das erste Mal sagte, konnte ich zum Beispiel nicht verstehen, warum er so eine Einstellung hatte, zu diesem Zeitpunkt, ja, ähm, weil es auch nicht um viel Geld ging, ja, also das wäre jetzt, ich sag mal, so ein Kaffee gewesen für ihn, so umgerechnet, ähm, aber, er hat, zu der Situation, einfach Nein gesagt. Heute kann ich das nachvollziehen, ja, aber das war auch so der Reifeprozess, und wir haben genau über diesen Punkt im letzten Gespräch gesprochen, und ich habe mich sogar auch nochmal bei Ihnen für diesen Ratschlag, den er mir letztlich gesehen ja kostenlos gegeben hat, ähm, aber der mein Leben positiv verändert hat, nochmal bedankt, ja, so, und, ähm, ja, ich werde auch darüber, ähm, werden auch Videos bei mir kommen, gerade auch über solche Sachen, äh, und sie werden natürlich jetzt kein Geld kosten, aber eben halt, es sind so, äh, gewisse Lebenserfahrungen, und das fehlt einem jungen Menschen meist, ja, oder einer Person, die jetzt nicht so viel erlebt hat, und da können gerade solche Ratschläge, und Mentoren geben ja letztlich gesehen Ratschläge, wie man eine Sache besser machen kann, wie man gewisse, ne, Sachen, äh, umschifft, und so weiter, ähm, ähm, wo man, ähm, ja, auf einen gewissen geistigen Weg gebracht wird, und das ist dann ein ganz wesentlicher Punkt, und das ist dann auch hilfreich, ja, so, aber wir wollen weitermachen, wir wollen jetzt nicht, äh, stundenlang im Video sein. Was das ganz genau war, und welche Strategien dahinter stehen, ist nicht ganz klar. Fakt ist jedenfalls, meistens, meistens, ob das bei Böhmermann so war, kann ich nicht sagen, ist es so, dass euch in dem Coaching verkauft wird, äh, dass ihr das Coaching an andere Unternehmen weiterverkauft. Jetzt gehen bei vielen ganz viele Fragezeichen auf. Ja, das ist so. Der Coach verkauft euch für 3.000 Euro im Coach, wo er euch coacht, dass ihr, dieses Coaching, was wiederum andere coacht, das Coaching weiter zu verkaufen, ihr könnt mir hoffentlich noch folgen, ja, ähm, das Coaching weiter zu verkaufen. Und das, ja, gut, das nennt man eigentlich ein Schneeballsystem, und das ist eigentlich in Deutschland nicht erlaubt, ja, ich denke mal, das wird ja auch gleich sagen, ähm, weil da ist einfach die Situation, wenn du jetzt sowas machst, ähm, da verkaufst du letztlich gesehen billige Videos, ja, die, äh, auf die Schnelle produziert worden sind, und du verkaufst letztlich gesehen nur weiter an andere Leute, und, äh, es ist aber kein Mehrwert wird geschaffen, es ist auch kein echtes Produkt, was du hast, ja, ähm, du kennst nicht, wie viele schon in, in dieser, ja, ich sag mal, Pyramide sind, weil es ist ein Pyramidensystem, und das Problem ist bei diesen Systemen ist, äh, wenn das einen gewissen Level erreicht hat, dann ist der Markt so übersättigt, da wirst du nichts mehr verkaufen können, ähm, aber das ist auch jetzt nicht, äh, eine Sache, also Pyramidensysteme sind wie, oder Schneeballsysteme sind letztlich gesehen verboten in Deutschland, und ist auch richtig so, ähm, es gibt andere Systeme, die zwar auch mit, äh, wo man auch in so einer Pyramide letztlich gesehen sind, aber wo echte Produkte dahinter stehen, das ist, äh, im Multi-Level-Marketing, da verdienst du dann auch was, aber das ist auch zum Beispiel nicht, was, äh, was ich machen möchte, ähm, ja, ich möchte ja eigentlich, oh, jetzt habe ich hier, fliegt doch hier so eine Motte hier rum, ich hasse das, ja, aber sie ist, äh, nicht greifbar für mich, gut, aber wir machen weiter, ist, wenn ihr auf sowas reinfällt, äh, ein illegales Schneeballsystem, was unter Strafe gestellt ist, was habe ich gesagt, ist, also, strafbare Werbung, 16 UWG, sogar eine Straftat, ja, äh, äh, wenn man eben, äh, 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 hier im Verbraucher zur Abnahme von Waren und Dienstleistungen und Rechten durch das Versprechen zu veranlassen, die würden entweder vom Veranstalter selbst oder von einem Dritten besondere Vorteile erlangen, wenn sie andere zum Abschluss gleichartiger Geschäfte veranlassen, das ist das Schneeballsystem, ja, also, ihr kauft ein Coaching und wiederum sollt ihr Coaching verkaufen, das ist das Schneeballsystem, das Problem ist, äh, das hat man mir, als ich jung war, gab's das schon, äh, weiß ich noch, da war, äh, hatte mich, ah, jetzt hab ich dich, ne, ja, erwischt, ähm, da hat man mich eingeladen, ähm, zu einer Versicherungsveranstaltung, ja, man wollte mich anwerben, ich war damals so der Typ, ja, geh ich hin, weil da gibt's, äh, Snacks, ja, ich war, äh, damals als junger Mensch, ähm, als ich ausgezogen bin, äh, und ich bin gleich am Anfang meiner Lehre ausgezogen, da hat die Wohnung, ähm, 150 D-Mark und 12 Pfennig gekostet, ja, und ich hab aber nur 160 D-Mark im Monat verdient, so, das heißt also, ich hatte letztlich gesehen, knapp 10, ähm, D-Mark zum Leben, und ich war über jede Veranstaltung, über jede Party war ich dankbar, das kann ich wirklich sagen, ich war sehr, sehr dankbar, wenn am Wochenende irgendwelche Partys waren, weil da gab's immer, Essen, wo man, und ich bin wegen dem Essen hin, so, ich bin auch auf so eine Veranstaltung hin, und da war, äh, so ein Raum, das weiß ich noch damals, ähm, da saßen, äh, so eine riesengroße, äh, äh, also riesengroße jetzt nicht, eine kleinere Gruppe, so knapp 10 Leute, und da war ein Typ, der saß dort, und hatte so einen Zettel, ja, und, ähm, hatte, also, ähm, und, äh, auf dem hatte er ein Flugzeug, ähm, aufgemalt, ja, wo es einen Piloten gab, und es gab, ähm, zehn Passagiere, ja, so, und, du musstest irgendwie 5000 DM einzahlen, als Passagier, ja, und dann konntest du, wurdest, äh, äh, musstest du, oder solltest du, also ich hab's natürlich nicht gemacht, weil, klar, ich wollte, äh, ich hatte 10 Euro, also das wäre für mich, war Gott sei Dank unmöglich, ja, ähm, aber der Typ hat gut geredet, also es haben viele Leute das gemacht, ja, und die mussten nachher letztlich gesehen, ähm, andere Leute anwerben, also genau dieses Schneeballsystem, um dieses Flugzeug, äh, voll zu machen, und dann, wenn sie dann ehemal Pilot geworden sind, dann haben sie diesen dicken Bonus bekommen, also so gigantischen Bonus, ja, die meisten Leute, die eingezahlt haben, die haben letztlich gesehen nachher noch, was weiß ich, ähm, Leute aus ihrer Familie angeworben, oder Freunde angeworben, aber keiner hat den großen Stich gemacht, ja, weil du musstest ja erst mal 10 Leute, ne, anwerben, damit du überhaupt die Möglichkeit hättest, äh, als Pilot, ähm, das, äh, das Flugzeug zu fliegen, und die dicke Knete abzukassieren, also ein System, was überhaupt nicht aufging, wo letztlich gesehen die Leute reinweise Geld verloren haben, ich Gott sei Dank mit meinen 10 Euro, äh, oder D-Mark, war ja D-Mark-Zeiten, nicht das Geld hatte, um mir das leisten zu können, das war einfach, ja, äh, äh, Gottes Plan für mich, dass ich so arm war, dass ich das nicht machen konnte, aber ich hab gut gegessen, daran entsinne ich mich, ich hab wirklich sehr gut gegessen, die Snacks waren nicht schlecht, das muss man denen einfach lassen, okay, wir machen weiter, ihr wisst normalerweise gar nicht, wie viele Leuten das schon verkauft worden ist, ja, und deswegen wisst ihr gar nicht, wie groß noch der Markt ist, an dem ihr noch weiterverkaufen könnt, meistens, ja, es gibt keinen Markt bei dieser Sache, das ist ein Ehrglaube, wenn jemand glaubt, dass da ein Markt ist, ja, ähm, weil, du musst ja wahnsinnig viele Leute, letztlich gesehen, erstmal bekommen, damit du richtig auch Cash machen kannst, so, und, die Problematik ist meist, dass du dann anfängst, und das ist das Traurige an der Sache, weil, das wird dir auch in solchen Kursen dann auch irgendwo vermittelt, wie findest du das nächste Opfer, ja, ähm, und das nächste Opfer ist meist eine Person, ähm, die das Vertrauen von dir hat, also, Familienmitglieder, beste Freunde, und ich habe im Leben schon so viele Leute kennengelernt, die, ähm, versucht haben, auf diese Art und Weise Geld zu machen, letztlich gesehen, haben alle verloren, er selber auch, oder sie, ja, wie auch immer, und es ist immer irgendwo, ähm, ja, Streit in der Familie aufgekommen, Freundschaften zerbrochen, etc., also, ich kann immer nur sagen, äh, von solchen Sachen, einfach die Finger lassen, ähm, äh, es gibt sicherlich, äh, Systeme, wo man auch gutes Geld verdienen kann, ja, aber, ähm, das sind dann auch Systeme, die, äh, sag ich jetzt mal so, die wissen ja, was sie wert sind, und da musst du auch entsprechend irgendwo was mit hineinbringen, ja, ähm, ähm, ansonsten wirst du in solche Systeme nicht hineinkommen, also jetzt, wenn jetzt einer sagt, ich mach dich für 5.000 Euro reich, ja, ähm, das wird nie funktionieren, und wenn dann noch irgendwo gesagt wird, äh, ohne Arbeit und so weiter, ja, dann ist so oder so schon, ähm, ähm, ja, ihr wisst, was ich meine, also von daher, lasst die Finger davon, dann, äh, bucht lieber, was weiß ich, äh, nachher meine netten Kurse, da lernt ihr was, da kriegt ihr Fachwissen vermittelt, ja, da wisst ihr, wie, äh, ihr eine Kamera richtig bedient, oder wie ein, ne, wie auch immer, aber, wir machen mal weiter, wir wollen uns mal anschauen, was er noch so zu sagen hat. Ganz unten seid, und an keinen mehr weiterverkaufen könnt, oder der Markt abgegrast ist, ja, und es gibt allerdings auch ähnliche Strukturen, die wiederum legal sind, das nennt sich Multi-Level-Marketing, deswegen muss man sich genau, das, was ich sagte, sich angucken, wenn man aber nur ein Coaching kauft, um andere Coachings zu verkaufen, dann dürfte das illegal sein, ab einem gewissen Punkt gibt es eben keine Kunden mehr, an die man noch dieses Produkt weiterverkaufen kann. Verspricht ein Code falsche Tatsachen und bewegt Kunden so zum Vertragsabschluss, da geht es eben dann um, ja, dieses, hey, du hast im ersten Monat garantiert 5000 Euro, ja, dann kommt noch Betrug in Betracht, 263 Strafgesetzbuch, ja, da täuscht er euch, in der Absicht, ähm, sich einen Vermögensvorteil zu machen. das Problem ist ja, dass die Jungs, die sowas machen, die sind ja nicht dumm, ja, und die, äh, dadurch, dass sie Knete haben, ja, also sie haben ja schon Leute abgezockt, also ich sag das jetzt mal so, ne, sie haben einfach schon Geld eingenommen und können sich dadurch teure Anwälte leisten, die das denen so aufbauen, das System, ja, weil das sind auch meist, äh, bei solchen, ähm, ja, Konstellationen sind auch meist, ähm, Anwälte mit involviert und wenn sie nur als beratende Funktion da sind, ja, aber es sind, ähm, sowas machst du nicht ohne Anwälte, das muss man ganz ehrlich sagen, ja, gerade wenn du in dieser Oberliga da irgendwo bist, wo richtig viel abkassiert wird, ähm, und viele, äh, ich sag mal, Strafanzeigen reinkommen, da hast du Anwälte, die dich wirklich von vorne bis hinten, ähm, den Hintern, äh, schützen und, ähm, du hast auch diese Konstellation dann meist so aufgebaut, dass dann Leute nicht greifbar sind, weil sie aus dem Ausland agieren und so weiter, so und, ähm, und wenn sie, äh, eine Firma haben, ja, dann, ähm, haben sie wieder Geschäftsführer dafür eingestellt und, 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 also das heißt also, du kannst, wenn du sowas machst, ja, und, ähm, Solmöck hat ja einige genannt von den Namen am Anfang des Videos oder Böhmermann, ähm, da kannst du letztlich gesehen davon ausgehen, dass die Leute das schon so aufgezogen haben, dass, ich sag mal, sie schwer angreifbar sind, schwer angreifbar sind, und die meisten Namen sind ja jetzt nicht irgendwie eine One-Night-Show, ja, äh, äh, sondern, das läuft ja schon seit Jahren so, das muss man ja auch so sehen, ne, also, ja, äh, ich denke, ähm, es ist schwierig, ne, äh, an die Leute heranzukommen und auch das Geld wieder zurückzuholen. ...schaffen, klar, er will ja das Geld einnehmen, schädigt er euer Vermögen, weil er euch falsche Tatsachen vorspielt, ne, also insofern, das könnte ein Betrug sein, strafrechtlich auch, äh, sehr relevant, dafür kann man bis zu zehn Jahre ins Gefängnis kommen, also, das heißt, das, was die hier veranstalten, die Coaches, ist sicherlich schon recht relevant und alles andere als ein Kavaliersdelikt, aber wir haben ja hier in der Kanzlei... ... ... man muss immer, und das muss man einfach bedenken, deutsche Gesetze enden an deutschen Grenzen, ja, so, das heißt also, ähm, es gibt, wo, ich weiß jetzt nicht mehr den Namen, ähm, der sitzt in England, ja, man weiß, was er gemacht hat, man weiß, wie viel, äh, Knete er abgezogen hat, und, 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 ja, und er wurde sogar von der Queen empfangen, ja, und man hatte nie eine Chance, an den heranzukommen, nie, also von daher, es ist schwierig, wenn die Leute im Ausland sind, ja, ähm, ja, und man muss auch immer gucken, wenn du jetzt zum Anwalt rennst, dann musst du ja auch erstmal Geld hinterherwerfen, das ist nämlich auch der nächste Punkt, du musst ja erstmal Geld in die Hand nehmen, weil kein Anwalt wird umsonst für dich arbeiten, und das sind einfach so Punkte, was man alles nicht vergessen kann, ich habe im Leben gelernt, wenn ich, ähm, Geld verloren habe, also jetzt nicht durch sowas, ja, muss ich es fairerweise sagen, sondern einfach, weil Kunden nicht bezahlt haben, und so weiter, ähm, da haben wir dann immer so die, den Spruch gehabt, warum willst du gutes Geld, schlechtem Geld hinterherwerfen, ja, lieber, äh, Schwamm drüber, vergessen, weitermachen, auf andere Art und Weise Geld verdienen, ist vielleicht manchmal sinniger, weil Anwälte sind auch nicht, ähm, ähm, preiswert, ne, gerade wenn du gute Anwälte haben möchtest, die haben auch horrende Stundenlöhne, ne, ähm, das darf man auch nicht vergessen, und ich weiß noch, als wir, ähm, meine damalige Frau und ich, die, äh, Firmen in Deutschland hatten, was wir an Anwaltsrechnungen teilweise hatten, oder auch an Steuerberaterrechnungen, ey, das, wenn ich das, äh, heute im Nachhinein betrachte, jo, ähm, hätte man vieles auch da nochmal kürzen können, ne, das darf man auch nicht vergessen, also wir haben, ja, viel Geld für Anwälte, ähm, ausgegeben, damals, also, muss ich ganz ehrlich sagen. Auch immer die, äh, die Thematiken, dass die Leute dann das Geld zurückhaben wollen, logischerweise, weil man auf so einen Coach reingefallen ist, der einem letztlich nur irgendeinen blöden Videokurs verkauft hat, da gehen wir gleich mal drauf, welche Möglichkeiten ihr habt. Und, äh, wir schauen uns dazu noch eine Paus, paar Passage vom Böhmermann Video an. So, da gucken wir mal rein. So, da steht drin, hiermit stimme ich zu, dass Copecard mit der Ausführung des Vertrages vor Ablauf der Widerrufsfrist beginnt. Ich habe zur Kenntnis genommen, dass ich mit dieser Zustimmung, mit Beginn der Ausführung des Vertrages, meinen Widerruf verliere. Widerrufsrecht verliere. Tatsächlich ist es häufig so, dass das Ganze gar nicht so abläuft und man dann da unten was anklicken soll, sondern man hat dann oft ein Verkaufsgespräch im Video und dann liest euch das jemand vor. Und da müsst ihr höllisch aufpassen, weil der liest relativ schnell und sagt, hallo, wir beginnen jetzt mit der Ausführung, du verzichtest dann auf dein Widerrufsrecht. Ist das in Ordnung? Also, sehr schnell, ähm, sagen die, ihr verzichtet auf euer Widerrufsrecht, was ihr als Verbraucher normalerweise hättet. Manchmal gehen die noch her und sagen, ja, ihr seid kein Verbraucher und deswegen verzichtet ihr auf das Widerrufsrecht. Also, es gibt verschiedenste Ausführungen, dieses Verzicht aufs Widerrufsrecht. Wichtig, sowas ist sehr riskant, wenn ihr es anklickt und vor allen Dingen noch riskanter, wenn euch das am Telefon oder per Videocall präsentiert wird. Meistens geht es eben so flott. Ich habe echt schon schlimme Videos gesehen, wo die Leute nur die ganze Zeit belabert worden sind. Bla, 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 bla. Ja, ich will doch einfach nur für 8.000 Euro das Coaching haben, bla, bla, bla. Warum? Du bist heute mit deinem Verstand, dass du aufs Widerrufsrecht verzichtest. Ja, ist das so? Ja, ja. Sagen die, ja, ja, ja. Und das war es dann so. Und dann ist es für uns wieder schwierig, euch da wieder... Krass. Wenn man bedenkt, ne? 8.000 Euro. 8.000 Euro ist ja nun richtig Schotter, ne? Für ein, naja, Coaching, ähm, das ist schon, ja, es ist, wobei, ich sehe ja nun, was, äh, was, ähm, was jetzt, ähm, mein, also das, wo ich jetzt im Kurs drinnen bin, was sowas kostet, das sind ja auch Summen, die sehr hoch sind, muss man jetzt fairerweise sagen, ja. Ähm, aber da hast du eben halt ja auch jeden Tag, letztlich gesehen, Unterricht und ein Dozent oder mehrere Dozenten, die dir Fachwissen vermitteln, ne? Also das muss man nun auch mal so sehen. Also, die Preise so gesehen schrecken mich erst mal ab, aber wenn man weiß, was solche Kurse kosten, also jetzt nicht diese Kurse, über die jetzt, äh, Säumeke, äh, da spricht, sondern, ähm, richtige, echte Kurse, ja, die sind einfach so teuer, ne? Weil, ähm, wenn das jetzt paar Monate geht, so ein Kurs, äh, dann ist das ja auch gerechtfertigt, ne? Aber es ist eben halt immer viel, viel Geld, ne? Okay, wir machen mal weiter. da loszukriegen. Gibt es auch Möglichkeiten, die zeige ich jetzt gleich, aber ist nicht ganz, nicht komplett easy. Also, Verzicht aufs Widerrufsrecht. Wieso geht das? Das geht wegen 356 BGB. Da schauen wir auch mal rein. Widerrufsrecht bei, außerhalb von Geschäftsräumen, abgesteuerten Verträgen. Also, erst mal würde man ja sagen, die ganzen Coaches versuchen euch irgendwie im Internet zu cachen. So, und dann ist das ja außerhalb von einem Geschäftsraum. Ja. Deswegen hat man Widerrufsrecht, weil man sich ja vorher nicht ordentlich informieren konnte oder überrumpelt wird. Das ist so der Hintergrund im Widerrufsrecht. Und jetzt sieht man hier, das Widerrufsrecht, Absatz 4, erlischt bei Verträgen über die Erbringung von Dienstleistungen auch unter folgenden Voraussetzungen. Bei einem Vertrag, der den Verbraucher nicht zur Zahlung eines Preises verpflichtet, wenn der Unternehmer die Dienstleistung vollständig erbracht hat. Das kommt hier nicht in Betracht. Konkret kommt Nummer 3. Bei einem Vertrag, bei dem der Verbraucher den Unternehmer ausdrücklich aufgefordert hat, ihn aufzusuchen, um Reparaturarbeiten auszuführen mit der vollständigen Erbringung der Dienstleistung. Also hier, wenn der Verbraucher die Nummer 2, Buchstabe A und B genannten Voraussetzungen, erfüllt hat. Also hier geht es darum, bei einem Vertrag, der, wo er zugestimmt hat, dass der Unternehmer mit der Erbringung der Dienstleistung vor Ablauf der Widerrufsfrist beginnt. Also habt ihr 14 Tage Widerrufsfrist. Aber, wenn ihr extra belehrt werdet, kann man bei gewissen Dienstleistungsverträgen tatsächlich schon darauf verzichten. Ja, das ist insbesondere bei digitalen Inhalten der Fall, digitale Inhalte. Ja, cool. Finde ich eigentlich ja auch gerechtfertigt. Also muss man jetzt fairerweise ja auch mal sagen, wenn du jetzt zum Beispiel ein Spiel entwickelst, ja, und das hast du ja bei Steam, wenn jetzt Leute ein Spiel runterladen, hast du ja dort die Möglichkeit, innerhalb einer bestimmten Zeit, ja, das, äh, dein Widerrufsrecht, ähm, ja, äh, ja, zu nehmen, ja, oder auszuüben, ähm, da ist es ja auch okay. Ähm, ähm, aber wenn du jetzt zum Beispiel wirklich jetzt ein Video zum Beispiel produzierst, ja, und auch jetzt, ich sag jetzt mal wirklich nützliche Inhalte zur Verfügung stellst, ja, und die Leute das jetzt sich anschauen und danach den Widerruf, weil ich sag immer, du erstellst jetzt ein tolles Video, sagst, das kostet, 50 Euro und danach sagen die Leute, ja, hab ich gesehen, jetzt will ich mal eine 50 Euro wiederhaben, und dann, na, ich kann das schon irgendwo verstehen, dass es solche Klauseln gibt und dass dann auch die Leute dazu aufgefordert werden, auf ihr Widerrufsrecht, ähm, ähm, ja, zu verzichten. Was mich wundert ist, dass, wenn ich jetzt so einen Kurs abschließen würde, ja, äh, warum sich die Leute nicht irgendwo, ich sag mal, ähm, den Lerninhalt und das Lernziel anzeigen lassen, weil das wäre ja dann die sinnige Variante, das heißt also, wenn ich weiß, ja, ähm, das ist ein Kurs, ich mache jetzt einfach mal ein Beispiel, ja, ähm, wo jetzt, ähm, Lernziele vermittelt werden, wie baue ich einen Livestream auf, ja, so, dann weißt du, okay, ähm, da wird die Hardware durchgesprochen, und, 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 ne, du siehst die verschiedenen Punkte, was du lernst in diesem, ähm, Bereich und danach kannst du dann eben halt entscheiden, so, diesen Kurs möchte ich lernen und, ähm, nicht. Und das ist das, wo ich, äh, nicht verstehe, warum Leute, die jetzt so einen teuren Kurs, ähm, kaufen, warum die sich nicht informieren und sich die, ähm, die Lernziele anschauen, die müssen ja auch irgendwo mitvermittelt werden, normalerweise. Und das ist, und wenn dir jetzt einer sagt, ich hab keine Lernziele, ich geb dir nur fünf Videos, ja, dann weißt du doch eigentlich schon, dass das unseriös ist, ne? Ähm, aber, okay, aber das ist scheinbar irgendwo so eine, ja, ich, es gehören immer zwei Leute dazu, ne? Einer, der betrügt und einer, der letztlich gesehen, ähm, sich betrügen lässt, ne? Also, weil, wenn ich mir so einen Kurs jetzt anschauen würde, ich würde schon nachfragen, was bekomme ich genau für 8000 Euro? Was wird mir vermittelt? Ja, ähm, genau. Also, ich möchte dann schon irgendwo sehen, was ich als Gegenwert bekomme. Und das möchte ich natürlich dann auch, ja, ich, ich sag mal, in einer schriftlichen Form haben, damit ich nachher auch drauf pochen kann, ne? Und dann würde es einfach diese, ähm, Sache gar nicht geben, ne? Also, irgendwo sind auch die Leute, die sowas abschließen, schon ein bisschen, ja, ich sag mal dumm, dass sie sich nicht genügend darüber informieren, ne? Zum Beispiel Downloads oder Video-on-Demand-Geschichten, das wären also reine Videos, die euch, also Coaching-Videos, die euch runterladen, da kann man tatsächlich schon auf den Vertrag verzichten, also auch, äh, auf das Widerrufsrecht verzichten, weil natürlich, klar, der Anbietende sich normalerweise auch schützen muss, wenn es um Games geht, die ladet ihr euch runter, dann muss natürlich der Spielerhersteller sagen können, hey, mit dem Download, äh, erlischt das Widerrufsrecht. Und bei den Coaches ist es schon mal so, die sagen, hey, du kannst dir jetzt gleich die Videos runterladen, das ist oft so, einmal drehen die einfach nur Videos und sagen, das ist unser Coaching-Produkt, dann habt ihr ein, ja, ein Bunch of Videos, äh, die könnt ihr euch alle reinziehen, ja, für 3.000 Euro, und die sind aber nichts wert, die kriegt ihr bei YouTube mindestens so gut, ja, und, äh, dann ist nachher die Trauer bei euch ziemlich groß. Also da, ganz wichtig, ähm, dass man da eben nicht auf die Checkboxen klickt. Das Widerrufsrecht könnte man sonst tatsächlich verlieren, aber es gibt trotzdem noch Möglichkeiten, auch wenn ihr auf dieses Widerrufsverzichtet habt, äh, recht verzichtet habt, dass man dann doch noch, äh, rauskommt aus der Nummer. Ähm, dann gibt es noch die Sache, dass das oftmals bei den Coaching-Verträgen nicht nur ein Download von irgendeinem Produkt ist, sondern dass man zwar mit der Ausführung der Leistung erbringt, äh, beginnt, und man deswegen auf das Widerrufsrecht verzichtet, aber man verzichtet nicht auf das gesamte Widerrufsrecht. Das heißt, sagen wir mal, es gibt zehn Coaching-Termine, einen ist schon geführt worden, dann könnte man immerhin das noch so hinbiegen, dass man sagt, okay, ähm, es gab nur einen Coaching-Termin in den ersten zwei Wochen, wo das Widerrufsrecht bestand, ich übe es jetzt aus, da muss auch nur der erste bezahlt werden. Also auch ganz, ganz wichtig. Hier gibt es schon noch Möglichkeiten, das Widerrufsrecht auszuüben, auch wenn eben diese Checkboxen, wie immer man sie gezeigt hat, vorhanden sind. Außerdem, ähm, sieht man auch oftmals ein wahnsinniges Auseinanderfallen zwischen Preis-Leistung, ja, und da gilt dann 138 Absatz 2, dass man in solchen Sachen, wenn dann die Unerfahrenheit des anderen ausgenutzt wird und, ja, marktüblich die Preise nicht mehr sind, sondern 100% Aufschlag beispielsweise sind, ähm, das dann Wucher vorliegt. Also auch da kann man sagen, dann ist das ganze Geschäft nichtig und kann rückabgewickelt werden. Ja, und außerdem ist es hier auch so, ähm, das Risiko, dass man überhaupt den Gewinn erzielt, wird ja auch immer zu 100% auf den Kunden abgewälzt, also dass man überhaupt aus dem Coaching was rausholt, das liegt 100% beim Kunden, ist auch nur spekulativ, so ziemlich unrealistisch und da wird also einiges ausgenutzt. Und selbst wenn das nicht greift, gibt es noch andere Möglichkeiten und da hat Böhmermann auch mal das BGB gezeigt. Das finde ich ja ganz huge, dass er auch hier unsere Gesetze dann in seiner Sendung zeigt. Man kann aus Verträgen wieder rauskommen. Und zwar, meine Damen und Herren, und alle dazwischen und außerhalb, ohne Mindset, einfach nur mit diesem Nummer 1 Bestseller hier. Also mit dem BGB kommt man wieder raus. Also das eine ist, ähm, natürlich hier Wucher, was ich euch gerade gezeigt habe und das andere, was ich noch habe, ist arglistige Täuschung, 123 BGB ist auch was, was wir häufig hier geltend machen können. Da geht es ja darum, euch wird 110% Erfolg versprochen, die Gewinne sind nicht realistisch oder man hat ein illegales Schneeballsystem. Da kann man mit arglistiger Täuschung rauskommen und das hat zur Folge, dass der Vertrag von Anfang an als nichtig angesehen wird. Und auch wenn das alles keinen Erfolg hat, dann kann man immer noch den Punkt angreifen, dass die versprochene Leistung nicht erfüllt worden ist. Ja, auch da kann man sagen, das ist eine Schlechtleistung, ein Mangel und das, was werblich angepriesen worden ist, 5000 Euro pro Monat, versuchen die dann zwar durch Sternchen zu relativieren und sagen, liegt in eurer Hand, müsst ihr erreichen, aber das geht nicht. Man kann nicht einfach big mit 5000 Euro monatlich garantiert zu 110% werben und dann mit dem Sternchen was ausschließen. Also da wäre man, wenn man nicht über die arglistige Täuschung weiterkommt oder dem Widerruf zumindest noch drin, dass man sagt, Schlechtleistung, ja, denn sie haben nicht das erbracht, was sie versprochen haben. Also insofern haben wir tatsächlich hier schon etliche Mandate zu diesen Business Coaches und können euch da in der Regel auch weiterhelfen. Unten in der Caption habt ihr die Links zur Kontaktaufnahme für uns und da zeigen wir euch etwas, das kann ich euch auch noch eben zeigen, was, womit ich ja ehrlicherweise angefangen habe bei WBS, sind diese Abo-Fallen. Also wirklich, das ist ganz ähnlich, da tappt ihr in solche Abo-Fallen, egal ob bei Branchenbuchabzocke, Datingportale und so weiter. Und so ein ganz klein bisschen springen die Business Coaches jetzt darauf auf, ja, auf im Kleingedruckten irgendwas machen, aber man kann da wirklich was machen und euch da auch wieder rausboxen. Ja, seht zu, dass ihr zu uns kommt, wir helfen euch auf jeden Fall. Wir haben sehr viel Erfahrung mit diesen Verträgen, haben in der Vergangenheit echt schon etliches gemacht. Man kriegt euch nicht immer zu 100% daraus, weil manchmal sind die auch echt clever, aber in vielen Fällen... Ja, ich denke schon, dass sehr, sehr oft die Leute sehr, sehr clever sind, weil die natürlich auch, wie ich schon sagte, sich Anwälte holen, die das so absichern, dass man als Normalverbraucher, ja, kaum eine Chance hat, an die Leute heranzukommen. Zumal, wenn sie noch im Ausland sitzen, dann ist das so oder so schon, ja, ich sag mal, ein Problem, was sehr, sehr groß ist. Ja, also von daher. Okay, das Video ist letztlich gesehen auch zu Ende. So, das heißt, ich kann mich jetzt mal hier wieder auf groß bringen. Wir switchen einfach hier mal rüber. Sehr interessantes Video. Ihr habt meine Meinung dazu gehört. Also ich glaube nicht, dass man eine große Chance hat, an das Geld heranzukommen. Also, weil die Jungs, die sowas machen, aus meiner Sicht meist auch gute Anwälte haben, die wissen, wie man das System austrickst und wo man sitzen muss und wie man eine Firmenkonstellation aufbaut. Weil, guck mal, die Jungs, die jetzt bei Böhmermann auch gezeigt worden sind, das sind ja jetzt nicht irgendwelche Leute, die seit heute oder seit gestern da sind. Die machen das ja schon seit Jahren. diese Systeme. Und da ist keiner bis jetzt aus meiner Sicht in den Knast gekommen oder so dafür, dass er Leute abzockt. Also deswegen weiß ich nicht. Also ich denke, man wird aus meiner Sicht da wenig Chancen haben. Und wenn man sich auf so eine Sache eingelassen hat, dann sollte man lieber loslassen, bevor man noch gutes Geld dem schlechten Geld hinterher schmeißt. Also so würde ich es machen. Und dann